Hallo, diesmal Redbox in Volzberg. Wir brauchen wieder unsere Herzen, weil es ist sehr, sehr kalt, aber der Frühling kommt bestimmt. Was wir gestern mitgekriegt haben, weil gestern war man in Fürstenfeld und da war man auch in der Berufsschule, ist, dass eben eine von unseren Forderungen nach dem gratis Internatsbesuch für Lehrlinge ganz wichtig ist. Die gehört wirklich dringend umgesetzt, weil natürlich das Wichtige dabei ist, dass ein Internatsbesuch von einem Lehrling darf einfach nicht zur Schuldenfalle werden und für das setzen wir uns ein. Unter anderem viele andere Themen auch noch, die uns wichtig sind, aber alles Nähere auf unserer Homepage. So solltet es euch eigentlich auch gerade befinden. Alles Gute.